So, Frau Uda, dann sollen Sie auch mal einen kleinen Sekt haben für den Kreislauf, ne? Ja, danke. Dies ist eine Einrichtung für unheilbar erkrankte Menschen, die hierher kommen, um ihre letzten Tage oder Wochen in einer schönen Atmosphäre zu verbringen. Was hier wichtig ist, unsere Gäste sind selbstbestimmt, sie stehen im Mittelpunkt, sie können sagen, was sie möchten oder auch nicht möchten. Und genau so passiert das eben, es wird ihnen nichts mehr aufgedrängt, nur noch das, was ihnen gut tut. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen für das Megalos. 12.564 Gewinnerinnen und Gewinner der heutigen Prämienziehung können sich über große und kleine Geldbeträge freuen. 100.000 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 156 518 und jeweils eine Million Euro entfallen auf die Endziffern 77 90 038. Herzlichen Glückwunsch! Du bist ein Gewinn!